Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren wunderbaren Folge von Overlord erklärt. Ich bin Shergog, hier nicht, und heute schauen wir uns die 5 grausamsten Zauber und Skills von Overlord an. Ach ja, die furchtbarste aller Magieform wird noch nicht einmal von 1 Olgon selbst beherrscht, sondern von einigen wenigen seiner vielen Untergebenen. Das nur so als kleiner Teaser. Doch bevor wir uns diese schrecklichen Skills und Zauber von 1 und seinen Untergebenen einmal anschauen, sage ich will an dieser Stelle Dank an alle meine Kanalmitglieder für den tollen Support, sowie Dank an alle Nutzer der YouTube Fangs Funktion. Und damit zum eigentlichen Thema. Die erste Fähigkeit gehört nicht nur zu 1 Olgon, sondern ist seine Spezialität und wird Geistermagie oder Insta-Todesmagie genannt. Diese spezialisiert sich darauf, das Ziel, mit nur einem einzigen Angriff komplett zu eliminieren. Während man anderen Angriffen von 1 Olgon, wie Call Greater Thunder, noch ausweichen oder sie zumindest überleben kann, wie Platinum und Sheltier zeigten, ist Geistermagie entweder wirksam oder nicht. Die Wirkung wird über Statuswerte und Level bestimmt, sodass man bei einem zu niedrigen Level oder unzureichenden Stats keine Chance hat auszuweichen, zu kämpfen oder zu fliehen. Selbst normalerweise wirksamer Schutz gegen Geistermagie, wie ein Item, oder die Tatsache, dass man von vornherein nicht lebt oder eigentlich zu stark ist, um von ihr getroffen zu werden, können durch 1 stärkste Fähigkeit, die Goal of all life is death, umgangen werden. Nach einer 12 Sekunden langen Zeitspanne, erstärkt diese Fähigkeit jede Insta-Todesmagie, um jeden Gegner oder alles, was sich vor 1 befindet, komplett zu eliminieren. Um zu verdeutlichen, wie zerstörerisch das ist, hier mal ein Beispiel. 1 hat im Duell mit Sheltier Den Sand Und die Luft um sich herum getötet Und eine leblose Wüste erschaffen Und selbst ein Atemzug der Luft würde normale Lebewesen dort sofort eliminieren. Aber Geistermagie ist nur der fünfte Platz, denn obwohl sie jeden zerstören kann, weil sie ihr Ziel schnell eliminiert, und auch wenn der Tod an sich schrecklich sein mag, in der großen Gruft von Nazarek ist das hier immer noch eine Gnade. Als nächstes haben wir Lähmungszauber auf dem 4. Platz. Ein Zulgon hat diese Form der Magie gegen Team Forsythe eingesetzt, um Robert Dijk, Irmina und Heteran zu lähmen und sie den wahren Schrecken von Nazarek auszusetzen. Denn obwohl Lähmungszauber wie Touch of und Death jemanden bewegungsunfähig machen, tun sie nichts dafür, um den Schmerz zu lindern. Parasiten oder Neuronist können so das Innere des Körpers zerstören ohne jedwede Gegenwehr oder es erkunden und bewohnen. Und Lähmung macht sogar stärkere Gegner völlig schutzlos gegen die Schrecken der großen Gruft. Und Neuronist's Chor kann davon wahrscheinlich ein Liedchen singen. Der 3. Platz geht an die Zauber und Fähigkeiten zur Kontrolle und Veränderung der Erinnerung wie Control Amnesia. Ein Zulgon hat diesen Zauber verwendet, um den Geist von Robert Dijk zu verzehren und zu verändern, bis er einen Stein als seine einzig auserwählte Gottheit anbetete. Denkt mal einen Moment darüber nach, was euch zum großen Teil zu der Person macht, die ihr seid. Richtig, eure Erfahrungen. Aber was ist, wenn man ihnen nicht mehr trauen kann? Was ist, wenn eure Freunde aus eurem Gedächtnis eliminiert werden und vor euch nie existiert haben? Ihr eure Namen verliert, nicht mehr wisst, wo eure Eltern sind, wo ihr seid, wo ihr herkommt, was eure Hobbys, Interessen, eure Ansichten und Ängste sind und eure gesamte Vergangenheit, selbst der Gott, dem ihr die Treue geschworen habt und den ihr um Gnade und Erlösung anfleht, komplett verändert wird. Euer ganzes Selbst kann so zerbrochen, verzehrt, entstellt und neu zusammengesetzt werden. Einfach indem man eure Erinnerungen kontrolliert und manipuliert. Das ist 1984 auf Steroiden. Es geht viel tiefer als alles, was das Ministerium der Liebe tun könnte. Totale Informationskontrolle über die Vergangenheit, Gegenwart und folglich auch die Zukunft. Und an zweiter Stelle haben wir die Fähigkeit, Untote zu erschaffen. Das scheint auf den ersten Blick schon ziemlich schrecklich zu sein, aber es wird schlimmer, wenn man bedenkt, warum ein Zulgon einen Weg gefunden hat, seine Beschwörungen dauerhaft in der neuen Welt zu verankern. Während diejenigen Untoten, die nur beschworen worden sind, wieder verschwinden, bleiben beschworene Untote, die eine Seele, eines lebenden Wesens erlangt haben, in dieser Welt, bis sie zerstört werden. Die Seele dieses Soldaten hier, die Essenz seines Lebens, wurde in einen Diener von 1 Zulgon verwandelt. Das ist etwas, das einer der Torwachen im Hexerkönigreich im 12. Band als sein Schicksal, schlimmer als der Tod, beschrieben hat. Und im 13. Band erfahren wir auch, dass ätherische Wesen wie Geister oder Soul-Eater sich selbst in der neuen Welt verankern können, indem sie sich von einer Seele ernähren. Das ist die Zerstörung des Lebens im wahrsten Sinne des Wortes. Die eigene Seele wird genommen und verzehrt und verwandelt, bis sie einem Diener von 1 Zulgon als Anker für seinen untoten Zorn auf alles andere Leben dient. Aber selbst mit all diesen Kräften gibt es eine Sache, die 1 Zulgon nicht nutzen kann. Eine Sache, die alle anderen grausamen Zauber und Fähigkeiten in seinem oder beispielsweise Demi-Oaks doch recht umfangreichen Repertoire schlägt. Heilungsmagie. Denn egal wie sorgfältig gefoltert wird, wie genau und präzise und gewebeschonend man arbeitet, wird das Opfer trotzdem früher oder später sterben. Aber mit Heilungsmagie kann man jedes zerstörte Organ und jeden zerstörten Körperteil wieder und wieder nachwachsen lassen. Und man kann auch die Haut eines Gefangenen immer und immer wieder abziehen. Und jede Prozedur, egal wie zerstörerisch, kann wieder und wieder angewandt werden. Denn egal wie schwer die Verletzungen sind oder wie ernst die Umstände, solange die Heilungsmagie schnell genug wirkt, wird das Opfer wiederhergestellt und somit noch schrecklicheren Qualen Tag für Tag ausgesetzt. Wochen, Monate, Jahre und vielleicht sogar Jahrzehnte vergehen, bis das eigene Alter schließlich sein Tribut fordert. Und Neuronis beschäftigt zum Beispiel ein paar Heilungsspezialisten, deren gesamte Existenz darin besteht, zu erkennen, wann ein Opfer geheilt werden muss. Und natürlich hat Lupus Regina, die lächelnde Sadistin, diese Fähigkeit auch genutzt, um sich mit bzw. über Kronprinz Barbro köstlich zu amüsieren, bis sie ihm schließlich erlaubt hat, zu sterben. Also, das sind meiner Meinung nach die 5 schlimmsten Arten von Magie und Fähigkeiten in der Welt von Overlord. Was denkt ihr über dieses Video und meine ausgewählten Fähigkeiten? Habt ihr eigene Ideen für grauenhafte Zauber oder Fähigkeiten? Lasst es mich ganz gerne im Kommentarbereich wissen. Und damit sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und besonderen Dank an animangatv.de Blue Planet 6 White Bird Best Philipp Mr. TNT Fabian Karibazas Maske David André Hope Howard Nix Morgdir Sebastian Dark Phoenix One Des Botanis Nemasa1106 Peng der Pirat Florian Peter Lordicon 3D Kitsune Mr. Funny Guy Tiva Tiva und Tobi CTZ Danke Leute. Und damit wünsche ich euch wie man an dieser Stelle habt einen wunderschönen Tag. Dasừng throne Beauty die 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 , dasia